Ja, für uns ist es alle drei Jahre ein Highlight, die Messe und ich sag mal, das ist für uns immer eine große Chance, unsere Kunden, potenzielle Neukunden zu treffen, aber auch den Wettbewerb, die Trends uns anzuschauen und einfach nochmal mit der gesamten Mannschaft auch wirklich beim Kunden zu sein. Sehr interessant ist natürlich auch wirklich mit der gesamten Mannschaft bei den Kunden zu sein, den Kunden auch zu zeigen, wie groß Rademacher ist, was hinter Rademacher steckt, um wirklich Produkte von den verschiedenen Seiten auch mal zu präsentieren. Einmal von der vertrieblichen Seite, von der Marketingseite, aber auch von der technischen Seite. Und das glauben wir, ist für unseren Kunden sehr, sehr interessant, einfach mal die gesamte Palette über die Produkte kennenzulernen. Bei uns aus der Produktpalette, ja, da gibt es Highlights. Wir werden, sag ich mal, ein neues Gesicht für den Homepilot vorstellen. Gerade was die Software angeht, werden wir einiges unternehmen und wir werden auch auf der Antriebsseite und generell auf der Sensorik und Aktorik Seite einige Neuprodukte zeigen.